Die ehemalige österreichische Außenministerin Karin Kneissl hat ihre permanente Übersiedelung nach Russland bekannt gegeben. Als Umzugshelfer fungierte offenbar das russische Militär. Wladimir Putins Luftstreitkräfte sollen ihre zwei Ponys von Syrien nach St. Petersburg gebracht haben. Die Tiere waren offenbar an Bord eines Transportflugzeuges, berichtete am Dienstag das auf investigativen Journalismus spezialisierte russische Online-Medium The Insider, mit Verweis auf Publikationen in sozialen Netzwerken und im Internet. Auf einem Bild ist das schwarz-weiße Pony Kneissls deutlich zu erkennen, wie ein Abgleich von Krone AT ergab. Konkret ist die Rede vom Transport mit einem Militärflugzeug, das vom russisch kontrollierten Militärflugplatz in Syrien nach St. Petersburg geflogen sein soll. Ein russischer Militärblogger hatte bereits am 7. September darüber geklagt, dass in Memim anstelle eines heldenhaften Regiments Ponys geladen würden.